Rosen? Nein. Parfum? Nein. Deine Mama, die bekommt zum Muttertag ein exklusives und besonderes Muttertagsgeschenk von uns, von der Antenne. Einen riesengroßen Blumenstrauß, 100 Euro von den City Arcaden Klagenfurt und, das coolste, einen einzigartigen und besonderen Hit, exklusiv gespielt von der Antenne Morgenschubband. Wenn du deine Mama liebst und dir was ganz Besonderes gibst, bist du für immer ihr Favorit mit dem Antenne Muttertagshit. Sage, was sie für dich ist, wie sehr du sie manchmal vermisst. Nimm dir kurz Zeit, es tut nicht weh, meld sie an auf Antenne.at. Die Antenne Muttertagshit